Ich hab so Bock auf Raisen. Scheiß die Tür zu. So, F1 reicht? Okay. Oh, lol. Wie geil. Okay, cool. Jetzt sieht man ja wenigstens mal was. Aha. Cool, danke. Oh, wow. Ja, das ist ja mal... Ich lerne dazu, ich lerne dazu. Das Einzige, es müsste noch ein bisschen niedriger. Aktuell. Müsste ein bisschen niedriger, das Auto. Und denn ist super. Weil mein Lenkrad ist genau über der Schaltanzeige. Ich weiß nicht, wie das im Realen ist. Also, wenn ich jetzt so geradeaus gucke, ist halt genau hier der Schaltdödel. Vorhin sind wir so gefahren. Irgendwie 40 oder so. Zoller ist das. Ich, also... Ich hab das mir leider nicht gemerkt bei dem anderen Auto. Von wo misst man denn? Von der Rübe? Dann bin ich bei 68. Nee. 89. 89 habe ich. Von der Rübe. Direkt Augenhöhe. Dann wäre es Foff 25. Foff 25? What the fuck? Sollte man die Armaturen über dem Lenkrad sehen? Ach, da ist doch das Lenkrad. Guck mal. Das müsste ja theoretisch... Das müsste ja so... So drinne stellen. Also, so wird es aussehen. Also, das wäre... Da wäre das Ding unten in der Line mit der Wheelbase. Foff ist bei... Also, ich habe einen 32 Zoll Bildschirm, Chat. Der ist 89 Zentimeter weg. 32 Zoll Bildschirm. Also, irgendein... Hm. Okay, das fährt sich schon mal ganz anders. Mager. Also, positiv anders. Uff. Wow. Also, wirklich positiv anders. Oh, lol. Oh, lol. Oh, ho, ho. Oh. 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 Greenlight, greenlight. Also, 5 hat sie gesagt, wa? Äh... Kommt so auf... 30. So, jetzt muss ich aber trotzdem noch mal... Bisschen nach so. Ja, jetzt passt. Also, dann fahren wir mal mit 30. Ja, ja. Oh, 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 ja. Greenlight. Go, go, go. Car on the left. Clear on the left. Oh, ja. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. OOH! Wooh! Wooh! Car on the left. Clear on the left. We are all out. That's not really nice. But luckily it's a computer. Das ist gut. Ich bin hier auf der leften. Das war's für heute. Es geht um den Schrauben. Es geht um den Schrauben. Fahrrad, auf der Seite. Fahrrad, auf der Seite. Das ist mir, Brustlitz. Das ist mir, Brustlitz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, really? Really? Oh, 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 really? Wahnsinn! Oh, really? Tschüss. Heiner, ruf Ihren Fahrer. Heiner, ruf Ihren Fahrer, ruf Ihren Fahrer, ruf Ihren Fahrer. Ruf Ihren Fahrer, ruf Ihren Fahrer. Ruf Ihren Fahrer, ruf Ihren Fahrer. Ruf Ihren Fahrer. keine ahnung ich kann das gar nicht beschreiben wie viel besser das ist ich hoffe der macht selber mit dem mit an hätte automatisch ich habe keine ahnung was machen muss ich bin völlig überfordert aber das ist okay 30 sekunden bauen die neues auto da man schön 30 sekunden reifen gewechselt das war glaube ich der montes garage service oder so da dauert das bestimmt auch eine halbe stunde bis der reifen gewechselt so 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 Oh, oh. Kassel, das war zu gering. Ja gut, Platz 6, herzes Rennen. Mal sehen, vielleicht kommen wir vorne nochmal ran. Okay. Lose it to the car, Haddie sent to one. Das macht, es macht Spaß, es macht Spaß. Ich muss mich sehr viel konzentrieren, aber es macht sehr viel Spaß. Oh, mein Gott. natz nein 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 ich hab gerade ich habe gerade richtigync das ich hab wohin geguckt wo ich nicht hinzugucken sollte habt ihr auch das weg gesehen am straßen commanderrs Untertitelung des ZDF, 2020 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 3 die andere 3 9 okay war an manchen stellen nicht so sauber aber ich glaube es war okay podium und 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 und